Jetzt, ich kann ja den E-Land schalten. Und wir sehen. Wie ist das denn? Ja, ich kann ja den E-Land schalten. Aber der schwarze Hand ist ja schon da. Und da die anderen drüben, genau. Die schwarze Hand drüben ein bisschen nach außen. Ja, wunderbar. Ja, wir müssen uns nicht schulden, wir haben zum Glück. Wie macht's? Wann ich? Keine Ahnung... Jetzt sind wir auf die Krieger, könnte man eine schnelle Runde werden, schau doch mal. Ja, ich kann das nicht.